Gut, jetzt machen wir mal so, so dass hier zwei sind, dass hier zwei sind und dann habe ich noch Steinnägel. Erde habe ich auch nicht mehr so viel, ich dürfe damit jetzt nicht so rumschmeißen. Passt das hier so? Sagen wir mal so und dann geht es hier weiter. Warte, wir brauchen erstmal schnell mehr Erde. Ah, ich glaube wir hätten noch was in der Tasche gehabt, glaube ich, aber ich hol mir trotzdem nochmal schnell was. So. Äh, Erde 30, ui. Das hat hier aber trotzdem so eine doofe Ecke. Ja, machen wir hier einfach so ein Ding rein, oder? Kann man doch einfach machen. Und dann hier zwei, so zwei, so zwei, so zwei. Kommen wir da hinten hin? Ich denke schon zwei. Äh, nicht so. Hier. Zwei. Dort. Zwei. Wir gucken einfach mal hin, wenn es kacke ist, dann reißen wir einfach das ganze Glas weg. Wo bin ich jetzt hier? Zwei. 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 Ist das auf einer Spur? Das ist auf einer Spur. Dann ist doch da vorne einfach eine Glaswand, oder? Boah, ich glaube das ist, das wird total hässlich, was ich hier hinbauche. Aber egal. Das wird schon. So. Machen wir noch ein bisschen, ein bisschen noch was rein. So. Endlich das. Das hier. So. Alle Kohle aufgebraucht. Wollen wir mal ausprobieren, ob das was wird, oder ob das hässlichste ist. Gebäude der Weltgeschichte wird. Okay. Hier kommt Wolle hin. Ah, wisst ihr was? Ich mach doch mal schnell, doch nochmal schnell, doch nochmal schnell, doch nochmal schnell. Holt mir doch nochmal schnell. Hier ein bisschen Wolle. Okay. Wollen wir schnell überlegen. Machen wir den Boden hier? Oder doch noch eins tiefer. Ich gehe nochmal schnell pennen. Wo machen wir den Boden? Machen wir denn da, oder machen wir den da? Also auf der Höhe, oder machen wir den doch ein bisschen tiefer? Ne, die Höhe passt, oder? Sagen wir, die Höhe passt. Das heißt, es geht von hier. Diese Höhe ist es dann. Hier genau. So. So. So ist es dann. Mal gucken wir doch mal, ob das was wird, wenn ich hier mal ein bisschen Klarsöhn mache. Ich habe das Gefühl, dass das Glas vielleicht auch nicht reichen wird. Ich habe gedacht, das reicht locker. So, 64er Stack, der erste ist schon mal weg. Oh, das sieht so schön aus. Das war jetzt irgendwie nicht so ernst gemeint, aber... Beim Texture Pack ist... Wir bauen es einfach mal hin. Wir bauen es hin und dann werden wir sagen... Oh, komm. Hätte ich es doch vorher mal abgerissen. Oder hätte ich es gar nicht angefangen, aber... Ich bin dafür, dass wir das... Ist das hier falsch? Hä? Habe ich da auch schon so ein... Habe ich da auch schon so ein Ding gebaut? Ich habe doch nur einen so eine Ecke gebaut, oder nicht? Und ich merke gerade... Dass ich gerade wieder nur mit 20 FPS aufnehme. Also die Hälfte von 40. Davor waren 15. Die Hälfte von 30. Soll ich jetzt mit 60 FPS aufnehmen? Dann würde ich 30 FPS aufnehmen, oder was? Naja, ich gucke einfach mal kurz. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt. Geht das? Ich habe jetzt nochmal auf 30 FPS probiert. Einfach mal auf 30 gestellt, weil ich habe nochmal kurz eine Testaufnahme mit 30 gemacht. Und dann ging es. Und jetzt zeig es ihm an, dass ich es mit 60 FPS aufnehme. Obwohl ich eingestellt habe, dass er mit 30 FPS aufnehmen soll. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Und ich weiß glaube ich... Ich tue mal die Maus woanders hin. Warte mal. So. Jetzt müsste man das Mausklicken ein bisschen... Ein bisschen leiser hören. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr das Mausklicken jetzt leiser hört. Weil danach werde ich es wahrscheinlich vergessen, mir nochmal anzugucken. Und dadurch werde ich es mir dann doch nochmal angucken. So. Also ich baue einfach mal so. Wenn es jetzt leiser sein sollte... Ist es jetzt leiser oder ist es nicht leiser? Ups. Na super, wie komme ich da jetzt wieder hoch? So. Hopps. Warte mal. Ich spring nochmal drauf, dann geht es besser. So. Nochmal der Vergleich. So leiser und jetzt... Warte, pass auf. Jetzt so lauter. Ja, das müsste man auf jeden Fall leiser hören als andere. So. Ich mache es doch so, damit man das Mausklicken doch ein bisschen hört. Einfach nur, weil es viel bequemer so ist. Ich bräuchte doch nochmal ein bisschen Stein. Da hängt schon wieder kurz. Glas. Äh, warte mal. Habe ich noch ein bisschen Kohle? Da ist eine Kohle. Da ist eine Kohle. Da keine. Da keine. Äh, mach mir hier bitte noch ein bisschen Stein. Glas. Das ist erstmal nicht so wichtig, weil ich brauche jetzt erstmal nochmal ein bisschen Stein. Hm. Ich verstehe aber nicht, warum wir hier so ein Doppelding haben. Ich glaube, das habe ich doch nicht geplant. Oder warte mal, war ich es doch nicht? Hm. Hm. Hier ist jetzt halt so eine doofe Ecke, gell? Da machen wir doch immer so ein Ding rein. Dann ist hier noch... Ne, das passt so, das passt so. Lassen wir es so. So. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Erde. Jetzt hat es wieder auf 30 FPS gestellt. Ich weiß nicht, was da los. Ich mag doch bloß noch schnell ein paar Minecraft-Folgen aufnehmen. Die anderen alle... Ich habe irgendwie... Wie viel, wie viel, ähm... Folgen habe ich denn aufgenommen, dieses... Dieses Wochenende. Also dieses Wochenende heißt gerade, ähm... Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil... Ohne Sonntag, weil ich gerade noch Ferien habe. Ähm... So ist es, gell? Ich glaube schon. Ne. Weil hier sind dann drei. Dann machen wir so, oder? Ähm... Was soll ich sagen? Ah, genau. Wie viel ich bis jetzt schon aufgenommen habe. Enigmatis, sieben Folgen. Memoria, sieben Folgen. Und, äh... Gothic habe ich... Wie viele Folgen? Zehn Folgen, oder? Ne, warte. Jetzt stimmt hier doch nichts, oder? Ne, stimmt schon. Von... Von innen ist das richtig. Äh... Gothic habe ich... Zehn Folgen. Das heißt, wir haben 24... Also ich habe 24 Folgen aufgenommen. Ist, ähm... Finde ich eigentlich ganz okay. Ich finde es sogar mehr als okay. Das ist nicht schlecht für ein Wochenende. Für mich auf jeden Fall. So. Okay. Jetzt habe ich das da schon hingebaut. Dann wissen wir es... Wie es sein soll. Und hier kommt dann irgendwie so... Anderer Stein hin. So. Dann gucken wir nochmal schnell hier. Gucken wir nochmal schnell hier hin. Ups. Was kommt es dann hier quer? Ach, nur das Ding. Nur das Ding. Das kann ja weg. Bis jetzt auf jeden Fall, oder? Na, das... Loch werden wir dann später nochmal irgendwann stopfen. Wir haben jetzt... Jetzt hier eh anders gemacht. Als es geplant war... So. Okay. Ich denke mal, wir müssen echt doch noch ein bisschen mehr, ähm... Sand holen. Und wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, ähm... Wie heißt es? Kohle. Kohle. Ah, Kohle können wir eigentlich auf dem Weg da holen, oder? Machen wir jetzt einfach. Wir holen es auf dem Weg. So. Okay. Sind wir oben. Ähm... Warte mal. Ähm... Hä? Warum geh ich jetzt da runter? Ich weiß nicht.